ich hab nicht die wird die Welt untergeladen mit Schnee sonst würde er nämlich hinter stehen äh mit Schnee oder Wiss Snow Below Wiss heißt das nicht Wiss Wiss sagen alle ich sag Wiss wie ein richtiger Ende keine Beleidigung für die die Wiss sagen aber ich finde Wiss hört sich einfach an diese Kopfhörer sind für Popo wirklich ein Euro bei Kick naja und so schlecht sind die ja gar nicht die 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 auf jeden Fall erst mal hier hier keine Anziehung nicht nicht die 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 auch da sind dann musste es gibt es Kündig Jahren wieder größer weil ich sag mal die Jahre natürlich machen das Jahr alles machen wir sparen so viel wie es geht hier also er ist unser Heiligtum hier ich habe fast das haben wir später nicht mehr gar nix wenn wir hier wenn wir nicht rauskommen haben und später gar nichts mehr das brauchen wir nicht so befindet sich jetzt irgendwo hier auf diesem speziellen Ort Plätzchen noch etwas also das was nach der Erde aussieht ho ne gut das ist gut NEIN 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 Ach Mist Gacke Naja zum Glück hatten wir den Eimer nicht dabei ich war nämlich gerade im Begriff ähm da wollte ich eigentlich den Eimer nehmen und das Ding da rausholen nur ich wollte erst nochmal gucken was da drin ist und jetzt falle ich da runter scheiße auf jeden Fall müssen wir noch ja weißt du was ich jetzt mal mache ich sag immer ja ja das mache ich halt sag schnell so schön ist ey jetzt haben wir gar nichts mehr ne Mist Mist sagt ja gerade der Richtige Mist so mach ich mir erstmal so warte so viel ne hier 16 Sticks dann müssen wir das erst machen das wer von euch war schonmal in Wuppertal wer von euch wohnt in Wuppertal wer von euch ha du 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 So können wir jetzt erstmal die ganze Zeit hier abbauen. Abbau. Ist das immer so? Boah, Alter. Na ja, guck mal, wie schnell das Ding im Ars geht. Weiß was wir machen jetzt unsere Spitzhacke hier jetzt mal kaputt. Ja, das machen wir. Ich hab mir hier gerade aufgeschrieben. 17.45 Uhr. Das heißt, wir nehmen jetzt schon eine halbe Stunde auf. In dieser Aufnahmesession halt. So ungefähr. Ich hab mir jetzt einen Ordner mit Videoprogrammen. Unter anderem ist da eine Testversion von Video Pro X 4 drin. Das funktioniert auf meinem PC aber überhaupt nicht. Also ich hab dann eine Testversion von Magix Video Lux 17 Premium, eine Testversion von Magix Video Lux MX und eine Testversion von dem Magix Music Maker. Und von Chip hab ich auch noch eine Vollversion. Die gab's beim Chip Adventskalender im 24. Türchen. Wer weiß. Ja, ein Lied, was hier drin ist. Ich hab damit schon Lieder gemacht, weil wenn man das installiert, oder die Chip-Version, hat man alles. Also da hat man dann auch die Vita-Instrumente, die volle Ausrüstung an Soundpools, Soundgenerators und was es nicht alles gibt. Und damit kann man sich dann auch Musik machen, also mit Klavier. Also Synthesizer ist da drin, Revolta 2, damit kann man Klavier spielen. Und wenn ich da einfach auf der Tastatur rumdrücke, kommen da irgendwelche Sounds raus, die mich daran erinnern, wie ich in einer Höhle bin und gerade ganz spannend was abbaue. Also, ja, ich weiß, ich hab das jetzt, oder ihr seht diese Folge entweder am, keine Ahnung, wenn ihr die ungefähr seht. Aber ich hoffe mal sehr bald. Oder, ja, sehr bald. Es ist jetzt, ähm, wir haben heute Mittwochen, nee, Dienstag haben wir heute und ihr seht die wahrscheinlich am Wochenende. Weil ich hab heute schon so ein bisschen abgerendert, ich war gefohlen beim Konfirmandenunterricht. Und, 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 und. Dort hab ich dann ein wenig geguckt und hab ich dort ein wenig, oh, das ist von die Verschwendung hier, bitte, das nix. Ich kann nur oder nicht weitersprechen, hab den Text vergessen, ach du scheiße, ich will das nur noch hinführen. So ein Pisse, so ne Kacke, so ne Kacke, so ne Kacke, so ne Kacke. So ne Mann, so ne Kacke, so ne Kacke, so ne Mann, guck mal. das kommt wahrscheinlich mit der Welterhöhung bei mir hier und noch ein Block der drüber stehen normalerweise oder hier und noch darüber steht normales Teil so sieht er dann auch aus hier das ist alles abgebaut ich gerne noch ersetzen ja also gehen wir nochmal nach oben wird machen wir aus das Ding wieder aus bei der MeinKopf 1 Peter 1.9 für die Prozent da musste man hier noch ein Prozent der Degens zu übersetzen weil das so sich funktioniert hat ja wir spielen gerade in der Prozent 1.1 ist kaum zu glauben aber ist so das Textur Back ist noch das neue nur ich habe Nostalgie einfach mal ausprobiert wird und es ist das für mich schön und wir haben immer noch den Kackback so ein jeder will ist heilig so für zwölfter und das war es jetzt auch möglich und wird was wir so drin haben ja wenn man da reingeht dann fällt man direkt runter und der Hund bellt wieder ja wir haben auch einen Hund ist das nicht schön so ich bin dafür ich glaube ich baue die ich baue das Prozent das Ding auf euch einfach mal hier weiter da also ich bin die kleine Lilli ich baue gerade eifrig an meinem Skyblock hat kommt so was eigentlich auch schon mal gemacht das ist das ist Nein die Kack Schifftaste ja die Duster du es auch nicht mehr die neueste warte mal eben ja wenn wir hier ich muss jetzt hier energisch ganz fest mit dem kleinen Finger draufdrücken der tut mir schon langsam weh aber wenn ich nur so ein kleines bisschen runtergehe von der Schifftaste dann falle ich auch direkt runter wochen wir haben hier schon wieder nichts drin jetzt muss ich mir schon so Jungs und Mädchen natürlich ich würde am liebsten jetzt auf der Tastatur die ganze Zeit ich würde am liebsten jetzt auf der Tastatur die ganze Zeit auf der Maus die ganze Zeit warte mal habe ich hier im Klima dann baue ich da die ganze Zeit ab habe ich hier gut die sind ja wenn und wenn du mal eine coole Überlegung nur irgendwann würde es nicht mehr halten ich komme gleich wieder ich ich suche dieser Füße ich habe eine Funkmaus also geht das auch so so ich habe kein Tesafilm gefunden und der Hund fällt schon wieder ja da laufen die ganze draußen irgendwelche Leute rum und sind oder ja unser Hund heißt Simpa übrigens ja ein ganz toller Hund ähm der ist sechs fünf oder sechs Jahre alt kurzer Collie und Husky zwei verschiedene